Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Ein Thema ist ja aktuell bei uns Schalkern mehr als nur im Gespräch. Neben der Thematik um Malik Chau ging es an die vergangenen Tage auch extrem viel um unseren Sportdirektor, um Ruven Schröder. Borussia Mönchengladbach sucht einen Nachfolger für Max Eberl, der aufgrund von, ja sozusagen nicht mehr können, aufgrund von Erschöpfung nicht mehr weitermachen wird. Und da wurde ihm auch der Name Ruven Schröder ins Spiel gebracht. Einige meinten, es gäbe eine Kontaktaufnahme von Gladbach zu Schröder. Einige meinten, weil Schröder ein Kumpel von Eberl ist, wäre er ein Kandidat. Grüße gehen raus an Sky. Und nun, ja, haben so einige Fans auch irgendwie die Meinung, genauso wie einige Medien, dass sie enttäuscht darüber sind, warum Ruven Schröder nicht ganz klar sagt, ich bleibe bei Schalke. Auch gestern gab es mal wieder eine Medienrunde zu dem Thema und da hat sich Schröder noch einmal deutlich dazu geäußert und auch noch einmal deutlich gemacht, dass er auf Schalke bleibt. Er hat zwar nicht gesagt, dass er zu 100% nicht zu Gladbach geht oder ähnliches, aber er hat es eben alles umschrieben, um vor allen Dingen eine Sache deutlich zu machen. Und genau das haben anscheinend ganz viele nicht verstanden. Und leider hat eben auch Sky oder auch viele Fans daraus gemacht, es gibt kein Schröder-Dementi, was Borussia Mönchengladbach angeht. Schröder sagte nämlich unter anderem sowas wie, ich fühle mich wohl, ich brauche die Energie für Schalke, nichts weiter muss ich dazu sagen. Es ist kein Thema aufgegangen und deshalb muss ich das Thema auch nicht zumachen. Ich habe einen Vertrag auf Schalke, ich möchte einfach hier erfolgreich sein. Meiner Meinung nach geht es gar nicht deutlicher zu sagen, dass man auf Schalke bleibt. Natürlich hätte er abkürzen können und sagen können, ich gehe nicht nach Gladbach im Sommer, ich bleibe über den Sommer hinaus bei Schalke. Ja, aber wenn man sich das gesamte Interview bei Sky mal anschaut, merkt man eine Sache. Genau damit möchte Ruben Schröder nämlich deutlich machen, was einige Manager, Bosse an der Medienarbeit stört. Dass man eben ein Thema macht oder rausholt, was gar nicht da ist und deswegen einen Dementi wirklich ja schon fordert von Ruben Schröder, um dieses Thema zuzumachen. Deswegen bin ich vollkommen auf Ruben Schröders Seite, dass er sagt, es gibt kein Thema und das muss auch nicht zugemacht werden, weil die Quellen, was man eben so hört, warum es das Gerücht gibt, sind für mich mehr als vage zu sagen, ja, Schröder war mal ein Kandidat bei Gladbach unter Eberl zu arbeiten. Er ist ein Kumpel von Eberl. Was sind das denn bitte für Indizien, um ein Gerücht rauszuholen, dass Schröder zu Gladbach gehen könnte? Deswegen starkes Interview von Ruben Schröder. Was einige daraus machen, ist schade. Aber gut, genau das ist eben die Medienarbeit im Jahre 2022. Eure Meinung zu Ruben Schröder? Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!